Hallo Lario, ich habe jetzt den Vorstellungen über Kunstflug und wie kann man es am besten machen, als wenn man es gleich einfach mal in der Maschine drin macht. Guck, da ist der ganze Ratsch oben. Also, ganz kurz zur Vorstellung. Ich bin der Anul, Fluglehrer im LSC Kitzingen und Kunstfluglehrer im Förderverein Segelkunstflug. Das ist unser Logo, wir sind vor einem Jahr gegründet und jetzt erzähle ich euch einfach mal ein bisschen was über den Kunstflug. Was ist Kunstflug? Ihr seht, erstmal ein roter Kopf, ziemlich viel Spaß, Adrenalin und absolute Flugzeugbeherrschung, Flugzeugsicherheit und man nutzt mal das Flugzeug so richtig aus. Sprich, alle Betriebsgrenzen. Schauen wir zum Beispiel mal Knüppel in den Ausschlägen oder ähnliches. Das macht man sonst bei der Ruderkontrolle. Hier kann man es auch mal, zack, in die Ecken rein. Kriegt man auch hin. Jetzt mal die Frage, in die Runde rein. Wer von euch hat alle schon mal ein Looping geflogen? Also auf 180 Grad angeheizt, zack, gestoppt und durchgezogen. Deswegen mal eine Frage, in die Runde, bevor ich zurückgebe. Wer von euch hat geflogen? Einfach mal die Hände hoch. Und für die Frage, die wir zurück nach Laufen.